Hallo liebe Fans, das ist der Alphons und der Fabien von Sturm der Liebe. Wir haben heute Studio-Führungen und es ist ganz spannend. Alle Leute können sich alles anschauen und dann gibt es auch noch die Brangeln, Fotos und natürlich auch die Kleidung kaufen. Requisiten kaufen und, und, und. Also lasst euch sowas möglichst im nächsten Jahr nicht machen. Kommt!